Intro Willkommen Leute bei einem neuen Video hier bei Die Frage Es geht heute um Cobra Kai Es werden erstmal wieder ein paar Cobra Kai Videos kommen Denn der Trailer wurde vor ein paar Tagen released für die 5. Staffel und ich bin sehr gehypt Ich bin außerdem auch sehr sehr froh, dass die Staffel früher kommen wird als erwartet Bisher war es ja immer so, dass die neue Staffel im Dezember oder wahrscheinlich eher dann im Januar kam Dieses Mal hat uns Netflix aber auf jeden Fall überrascht mit dem Ankündigungsdatum für September Leute Ende September kommt die 5. Staffel endlich raus Wir haben gewartet und wir haben ein richtig gutes Datum bekommen Das heißt, wir müssen nicht mehr allzu lange warten, um zu sehen, wie es endlich jetzt weitergehen wird Mit unseren ganzen Hauptprotagonisten und natürlich auch unseren Antagonisten Nachdem Silver in der letzten Staffel wieder zurückgekehrt ist, haben wir einen genialen Arc gesehen Ein super cooler Villain, also keine Frage, das war absolut krass Wie sie ihn da wieder reingebracht haben, richtig cool gewesen Auch mit Kreese in Zusammenarbeit, das habe ich mega gefeiert, wie die eben auch das Dojo zusammen geleitet haben Dann hat man aber auch gesehen, dass Kreese irgendwann gemerkt hat So wie Silver ist er eigentlich gar nicht mehr wirklich Und ja, ganz am Ende der 4. Staffel hat Silver Kreese alles angehängt Und Kreese musste jetzt in dem Fall ins Gefängnis Wir haben jetzt dann auch nicht wirklich was gesehen von ihm in dem Trailer Heißt, ich denke er kommt schon noch dran, allerdings wahrscheinlich nur in einer Folge Vielleicht besucht ihn dann jemand im Gefängnis Mal schauen, wie sie es genau aufbauen werden Ob er dann Part spielen wird Ich bin gespannt, wie sie mit Silver und Kreese fortfahren werden Außerdem haben wir im neuen Trailer jetzt gesehen Dass unser allseits beliebter Johnny und auch sein Sohn Robbie Jetzt nach Mexiko fahren, um Miguel zu finden und wieder zurückzuholen Ja, Robbie ist natürlich nicht unbedingt freiwillig mitgekommen Und wir haben außerdem auch gesehen, dass die beiden aufeinandertreffen werden Miguel und Robbie mögen sich immer noch nicht Und ich denke mal, da werden die jetzt vor allem in dieser Staffel dran arbeiten Dass die beiden sich am Ende der Staffel wieder vertragen Außerdem haben wir auch keine einzige Szene gesehen In der Johnny, Robbie oder Miguel außerhalb von diesen 3 Personen zu sehen war Bedeutet, sie werden vermutlich die gesamte Staffel über in Mexiko sein Und am Ende der Staffel kommen sie zu dritt zurück Und dann wird es irgendeine Art Plan geben, mit dem sie auch Silver schlagen können Dann haben wir gesehen, dass Daniel, dadurch dass Johnny erstmal nicht da sein wird Jetzt seinen alten Kumpel mit dazu geholt hat In Karate Kid 2 hat er ihn das erste Mal getroffen Und da waren sie ja Rivalen und jetzt sind sie aber auf jeden Fall sehr gut zueinander stehend Deshalb, das wird auf jeden Fall auch cool werden Wenn die beiden sich dann Silver stellen werden Silver hat jetzt eben das ganze Turnier gewonnen Und hat jetzt sehr, sehr, sehr viele Cobra Kai-Dojos aufgemacht Meine Güte Das wird echt krass werden Ich hoffe, dass sie da auf jeden Fall noch ein paar richtig coole Sachen mit reinbringen werden Von Ila hat man leider nicht sehr viel gesehen Es wird bestimmt noch ein zweiter Trailer mit rauskommen Und da wird dann bestimmt noch was für ihn gezeigt werden Er wird ja nochmal irgendeinen anderen Art bekommen Ich bin da sehr, sehr gespannt Dann haben wir außerdem auch gesehen, dass Tori ihren Pokal sehr merkwürdig angeschaut hat Fast so, als ob sie sich fragt, ob es ihn wirklich verdient hat Das wird vermutlich jetzt auch ihre Staffel werden In der sie in dem Fall diesen Wandel machen wird Und dann realisiert, dass sie eigentlich nicht gerade für die, ich sage jetzt mal, gute Seite gekämpft hat Und ja, sie und Sam werden sich vermutlich sogar diese Staffel vertragen Und dann am Ende vielleicht in der nächsten und vermutlich letzten Staffel gemeinsam zu kämpfen Ja, ich bin gespannt, was sie alles vorbereitet haben Vor allem auf die Kämpfe bin ich wieder todes gespannt Denn wir haben ja gesehen, in den ersten vier Staffeln Jedes Mal waren absolut geniale Kämpfe mit dabei In der letzten Staffel, dieser Finalkampf, Eli gegen Robby war absolut legendär Wirklich coole Arbeit, die sie ja geleistet haben Ich bin ein bisschen schade, dass Johnny diesmal nicht wirklich mit Daniel interagieren wird Denn das war auch immer so ein Teil, der immer dazugehörte Weil die sich halt nie so ganz verstanden haben, aber trotzdem cool miteinander waren Das war immer ganz cool, was sie da für Sprüche gekickt haben Wenn die sich dann wieder gestritten haben Was dann so alles von denen jeweils rauskam Ja, das wird dann bestimmt in der nächsten Staffel wieder passieren Wie gesagt, ich denke, es wird auch keine weitere siebte Staffel mehr kommen Nach der fünften wird es, schätze ich, auch mal nur noch eine weitere Staffel geben Denn momentan sieht es sehr danach aus, ob sie nicht mehr viel machen können Es gibt nicht mehr allzu viel, was sie mit reinbringen können Der Wandel einiger Charaktere ist gerade im vollen Gange Und da kann nicht mehr allzu viel reingepackt werden, ohne dass es zu gestreckt wird Was aber auf jeden Fall noch passieren wird, ist Barnes Er wird zurückkommen Ich habe ein anderes Video gemacht, dürft ihr gerne mal reinschauen Ist auch verlinkt in der Beschreibung Dort habe ich die Theorie aufgestellt, dass Barnes vielleicht der Vater von Tori oder Miguel sein könnte Das mit Miguel können wir eigentlich schon ausschließen, denn es macht einfach keinen Sinn Aber von Tori könnte es tatsächlich sein Schaut das Video an, um genauer zu verstehen, warum ich denke, es könnte der Vater von ihr sein Es gab nämlich eine bestimmte Szene in Staffel 4, die so ein bisschen darauf hindeuten Könnte, konjunktiv, dass eventuell eine weitere Person, die ihr Vater ist, auftreten könnte Und Barnes würde da schon sehr viel Sinn machen, wenn man bedenkt, wie sie aufgewachsen ist und wie sie auch drauf ist Das wäre auf jeden Fall ein sehr cooler Zusatz Denn immerhin ist Kreese nicht mehr dabei, ist Silver dabei Und er könnte natürlich einen neuen Partner gebrauchen Wenn er in dieser kommenden Staffel jetzt rankommen sollte, werden sie aber erst im zweiten Trailer zeigen Der dann auch näher zum Release liegt, um nicht alles jetzt schon zu spoilern Deshalb, da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt Und wenn er nicht jetzt vorkommt, dann spätestens in der sechsten Staffel Ich schätze auch, es wird dann eben die letzte Staffel sein, weil es gibt, wie gesagt, einfach nicht mehr allzu viel, was man machen kann Es ist auch momentan echt sehr, sehr gut gelaufen Es hat sich bisher echt 0,0 gestreckt angefühlt Die ganzen Handlungen haben sich wirklich gut mit reingefügt Nicht zwar irgendwie zu lang, nicht zwar zu schnell Und ich finde, das haben die echt richtig gut hinbekommen Jetzt dürfen sie halt nur nicht diese nächsten kommenden Events verkacken Wenn sie es genauso weiterhauen wie bisher Und es dann aufhören, wenn es wirklich am besten ist Dann ist es absolut perfekt Und ich hoffe, die machen da nicht irgendwie noch eine andere, ja, Kacke draus Indem sie irgendwie noch einen Spin-Off rein rausbringen Oder irgendwas erweitern, was eigentlich nicht erweitert werden muss Ja, ich bin gespannt Miguel ist ja auch extrem verletzt Da bin ich ebenfalls gespannt, wie sie es genau machen wollen Denn er wird nicht innerhalb von ein paar Wochen Nicht mal von ein paar Monaten wieder fit genug sein, um zu kämpfen Deshalb wird er nicht mehr die Eins werden können Das ist einfach nicht mehr möglich mit dieser Verletzung Das wird nicht gehen Er wird natürlich schon wieder irgendwie in Form kommen müssen Um zumindest etwas ausrichten zu können Aber ich bin ziemlich sicher, dass er seine Eins verspielt hat Und ja, was denkt ihr, was erwartet ihr von der fünften Staffel Schreibt es mir in die Kommentare Dann würde ich mal sagen, dass nächste Video erscheint Wenn die fünfte Staffel erscheint Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.